Nee, passt schon. Luftfeger geht down. Und jetzt noch das Gold. Doch, sie holt sich's noch. Sehr geil. Ey, du hast fast alle Ressourcen bekommen. Nur mit der Königin ein paar Heilern. Klar, die Heiler bekommen uns ein bisschen auf die Fresse, aber ist eigentlich egal. Aber guck mal, das Goldlager geht komplett down. Ich hab alles Gold bekommen. Alter Falter. Diese Taktik. Ey, die muss ich mir auch irgendwie ein bisschen antrainieren, weil ich bin darin jetzt echt so dermaßen schlecht. Hallo, hallo, Leute. Hier ist der Gusua wieder. Mit dabei ist der Lichtl. Hallöle. Und ich zeige ihm nochmal, wie man richtig auf die Fresse bekommt. Ich hoffe mal nicht, beziehungsweise ich hoffe, dass es der Gegner ist, der auf die Fresse kriegt. Das heißt, heute wieder die Taktik mit den Heilern und der Königin. Richtig. Eine Frage. Kann man damit auch Rathaus 10 angreifen? Ja. Oder eher nicht so empfohlen? Nein, ja, kannst du, aber definitiv ohne ohne Infernus. Also wenn sie wirklich Infernus am Start haben, dann ist Ende. Das geht so, nein, nee, die grillen nicht die Heiler, aber der Heilprozess wird halt nicht fortgeführt. Ach, stimmt. Und somit bist du komplett am Arsch. Also, und da kannst du auch die Queen auf 20 haben, ist scheißegal. Die Queen geht down. Die geht sowas von schnell down. Das ist richtig übel. So, gucken wir mal. Nee, also das ist, geht gar nicht. Das ist richtig übel. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Mal sehen, was wir für einen Gegner bekommen. Der hier, 1500. Reicht nicht. Reicht nicht. Also ich sag mal, nee, 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 wirklich, wirklich. Hört sich doof an, aber das lohnt sich einfach nicht. Du musst schon so um und bei 2K oder wirklich ganz easy mindestens 1,5. Ey, ich kann mich noch so gut dran erinnern, damals, als wir so ein bisschen drüber geredet haben, über das Dunkle Farm, hast du immer gesagt, ja, also ab 500 locker greife ich immer an. Und jetzt einfach mal 2K. Hier guck mal, hier könnte man theoretisch von hier reingehen und dann hier aber 1,5. Aber wiederum ist der Rest relativ gut und deswegen würde ich sagen, Greifen wir an. Vielleicht, dass du die Lager einfach dann auch mitnimmst. Das sollte gehen. Ey, musst du nicht so ein bisschen drauf schauen, dass... Ah, scheiße, ich hab die Mauerbrecher... Ja, ich hab... Nee, nee, das geht ganz easy. Also, so mega... Okay, bei mir ist immer das Problem, dass die Queen dann außenrum rennt. Bei dir ist das gar nicht? Nee, 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 das musst du einfach bloß richtig machen, dann ist das ganz easy. Guck mal, jetzt kann sie gar nicht außenrum rennen. Ja. Geht gar nicht. Und, also, das ist ganz easy. Also, mit dem Clearen, das... Ich hab ja am Anfang fürs Clearen wirklich nur die Minions genommen, weil es ja in der Strategie sozusagen angegeben wurde von diesem Clash... Ich weiß es nicht mehr. Bang-Gott oder wie auch immer. Ja, in dem Video. Da wurde es ja gesagt mit Minions. Plus, wie gesagt, ist Quatsch, wenn man halt eben da noch einiges an Zeug halt für die Minions raushaut. Ist ja Blödsinn. Ja, das stimmt. So, jetzt gucken wir mal... Ja, am Ressourcen, du hast schon, glaube ich, um die 50.000 bis 100.000 Elixier bekommen, oder? Ja. Ich glaube, bald die 100.000. Da schauen wir nicht hin. Wir wollen das Dunkle haben, Junge. Ah, schade, jetzt hab ich kein... Ja, jetzt hab ich dafür kein Spell, aber ist auch nicht weiter wild. Das tut nicht weh. Das kriegst du, glaubst du? Ja, ja, easy. Easy going. Ja, ja. Die halten mich ein bisschen auf von der Zeit her, aber das stört nicht. Das ist das Ganze. Guck mal, sind kaputt. Wenn du dann vielleicht... Ja, stimmt. Wenn du dann vielleicht noch das Gold bekommst, das wäre ein Megaporno. Aber erst mal wirklich halt wirklich das Dunkle. Dann gehen die Expos drauf und dann kommt das Gold. Ja. Müsste auf jeden Fall funktionieren. Rechts unten steht halt jetzt noch ein Bohrer. Ist die Frage... Da ist nichts. Da ist sieben. Nee, nee, nee. Die dreht sich nicht um. Die dreht sich nicht um. Glaub mir. Jetzt logischerweise wieder die Clanburg. Die ist so Clanburg geil. Das geht gar nicht. Okay. Ja, ja. Oh, ja, nice. Sehr geiler Scheiß. Jetzt muss ich nur noch umdrehen und das andere Gold auch noch holen. Dann ist es perfekt. Nee, ich denke mal, dann eher Luftabwehr. Ja, es ist die Clanburg. Ja, war klar. War, war klar. Aber ist doch geil. So, jetzt. Ich kann sie ja sogar noch ragen. Aber da warte ich, bis wirklich die Fläche weg ist. Genau. Wenn es wirklich 100% gut läuft, kriegst du vielleicht sogar auf der anderen Seite noch ein, zwei Lager. So, jetzt würde ich sagen, könnte ich gleich ragen. Jetzt. Weil ich halt jetzt die Fläche halt weg war. Einwandfrei. Da noch weg. Und dann vielleicht sogar noch hier. Ich kann es mir gut vorstellen. Wenn jetzt der Minenwerfer dauern geht. 45 Sekunden hast du noch. Das ist eigentlich drinnen. Und guck mal, du siehst, es war einfach easy. Wirklich. Es ist nicht so tricky. Hey, kümmere dich vielleicht noch mit ein paar Babaren darum, dass du vielleicht trotzdem den einen Stern bekommst. Einfach, damit es ein bisschen besser aussieht. Hm. Ich weiß, was du meinst. Aber eigentlich ist es scheißegal. Nee, aber es stimmt schon. Klar, logisch. Ist ja gar nicht so verkehrt. Ich hätte sie eigentlich zu den Bauhütten oben gesetzt, die Babaren. Aber okay. Ach so, du meintest wegen den Prozenten. Ja, aber es sollte sich ausgehen. 18 Sekunden jetzt fürs Lager. Ja, ja. Hier läuft. Hinhauen. Ja, ja. Passt. Und jetzt da noch das andere Goldlager. Das wäre nice. Nee, passt schon. Luftfeger geht down. Und jetzt noch das Gold. Sie holt sich's noch. Oh, sehr geil. Ey, du hast fast alle Ressourcen bekommen. Nur mit der Königin ein paar Heilern. Klar, die Heiler bekommen uns ein bisschen auf die Fresse, aber ist eigentlich egal. Aber guck mal, das Goldlager geht komplett down. Ich hab alles Gold bekommen. Ja. Alter Falter. Diese Taktik. Ey, die muss ich mir auch irgendwie ein bisschen antrainieren, weil ich bin darin jetzt echt so dermaßen schlecht. Husu war der kleine Swagger. Nee, also das läuft schon. Das ist ganz, ganz nice. Und es ist nicht schwer. Es ist kein Hexenwerk. Das ist alles ganz easy. Man muss halt eben ein paar Dinge beachten. Du kriegst halt auch teilweise Derbe aufs Maul. Bloß wenn du halt wirklich da erstmal drinnen bist und das eine Weile lang gemacht hast, ist das in Ordnung. Und guck mal, wenn du jetzt mal vergleichst, guck mal. Ein Heiler kostet mich 10k. Das heißt, ich bin bei 90k. Plus die Mauerbrecher sind bei, oh, lass mich lügen. Kleinen Moment. 3.000 das Stück. Alter, das ist alles chillig. Ist alles im Rahmen. Das ist nicht, wer weiß, wie krass. Und guck mal, sogar noch 350k Gold läuft auf jeden Fall. Jo. So, und jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass der Lichtle nicht tot ist, beziehungsweise das auch noch mit mir zu tun hat. Der hat halt eben auch, ist halt busy am Worken und sowas. Und dann passt das auch. Wie sieht's aus? Ich hatte dich im Thumbnail von Fred gesehen, von wegen diesen Clan Wars gegeneinander. Wie weit seid ihr da? Hat nicht geklappt. Also, wir haben's probiert. Ja. Wir haben gleichzeitig gestartet, aber es hat nicht funktioniert. Zweimal sogar hat's nicht funktioniert. Und jetzt hat's Fred noch mal probiert. Gegen seinen anderen Stammclan. Genau, und da hat's geklappt. Und da hat's geklappt. Da hat's geklappt. Genau, das hatte ich mitbekommen. Wir haben's jetzt gegen Disiacs probiert und hat nicht geklappt. Man muss halt wirklich sehen, es müssen alle Bases fast eins zu eins gleich ausgebaut sein. Das heißt, ein Max-Rados-Neuner gegen ein Max-Rados-Neuner, dann ist das ein Mitspieler. Ein Max-Rados-Zehner gegen ein Max-Rados-Zehner ist das der zweite Mitspieler in jedem Clan. Und so musst du dich halt irgendwie so ein bisschen ranarbeiten und dann wirklich nur die Spieler dran nehmen, die es auch im anderen Clan gibt. Ja. Und das ist natürlich nicht so einfach. Ich guck grad mal, hier wollte noch einer rein, aber hä? Nee. Das ist eine coole Base. Ja, aber guck mal bitte. Nur jetzt mal so. Klar, jetzt werden andere wieder sagen, ja, du darfst nicht nach dem Level gehen. Klar. Aber ganz ehrlich, ist das gerade eine gemäxte Achter gewesen? Ja. Die jetzt aber eben auf Neuner ist. Wisst ihr selber, da müssen wir uns nichts vormachen. Die bringt uns im CW nichts. Stimmt, ja. Bin ich ganz ehrlich, und deswegen ist es halt so, bin ich halt ganz ehrlich, geht nicht. Oh. Nee, nee, also das soll man nicht so, oh, hier, guck mal, ich bin jetzt total abgehoben und jetzt kann hier keiner mehr rein und so weiter und so fort. Das geht nicht darum. Es geht wirklich darum, dass wir im CW halt wirklich gute Chancen haben. Ja, das ist halt auch so eine Sache bei mir. Es tut mir immer so leid, wenn ich irgendjemanden ablehne und dann sage ich oft, ey, weil ich weiß, dass manche Leute dann wirklich, ich sag mal, angepisst drauf sind, weil ich abgelehnt habe und denken, ah, der mag mich nicht oder so und das irgendwie persönlich nehmen. Ja. Es ist halt nun mal so, dass nicht jeder Spiel an jeden Clan passt und ich finde es auch schade, aber es gibt halt nur 50 Plätze und ist halt auch blöd. Ja, so, das war's. Ja, ist ja schon fast zum letzten Talk geworden mit Lichtle. Dann würde ich sagen, hast du das Schlusswort? Jo, ich hoffe, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim Guzo. Ich denke mal morgen. Jo, bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.